Ich würde euch ja gerne mitnehmen, aber ich weiß nicht wo. Ich habe absolut keinen Platz dafür. Lass mal ein bisschen umpacken hier. Wie viel Platz braucht die denn, die... Oh mein, wo ist der denn hier vorne? Also... Hey! Na. Ich glaube, die brauchst du aber so eine ganze Linie. Kann ich die so mitnehmen? Jawohl! Jawohl! Kann ich die blöde Schlüssel auch noch mitnehmen? Wir haben... Eine Farming Hole. Wenn ich jetzt noch ein Päckchen mit Samen... Oh, hier sind Äpfel. Wer kann ich Äpfel? Jawohl! Chop Firewood. Ne, ich will nicht Firewood choppen. Ich will... Search for... Da! Search for Apples. Boah, aber geil. Wo wartet mich auch niemand dabei? Ne, hier ist ein Lott. Boah, erstmal Äpfel suchen, ey. Schauen. Finden Apfel. Finden geilen Apfel. You've not found a thing. Das ist ja ein Scherz, ey. Komm. Such noch mal genauer. Such noch mal genauer. Hier sind Äpfel. Ich sehe die doch. Komm schon. Das kannst du nicht übersehen, du Dreckscharakter. Oh, ja. What for the thing is on the farge, ey. Okay, gehen wir mal an diesen Baum hier. Komm. Komm. Search for Apples. Sehr gut. Komm schon an. Du findest einen Apfel. Du findest einen Apfel. Du bist ein richtig geiler Apfelfinder. Äpfelfinden, das ist deine beste Beschäftigung. You've found something. Ich hab einen Apfel gefunden. Ich hab einen voll geilen Apfel gefunden. Uh, 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 uh. Okay, äh. Scheiße, ob die Schlüssel. Ich nehm Apfel mit. Ich hoffe, der Apfel, der hält ein bisschen. Spaß, ich mach mir jetzt erstmal einen kleinen Apfel vor. So zwei, drei Äpfel hätte ich schon gerne mit. Okay. Du, 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 you've found something. Jo, achso, das war auch das alte. Oh, ja. Okay, komm. Wir wollen nochmal an diesen Baum hier. Oh, da ist, da rechts sehe ich die Kirche. Ich hoffe mal, das ist die Kirche von Berenzini. Ich hoffe, ich vertue mich nicht, ey. Seit, äh, seit du Stormping lernt, habe ich einen übelsten, äh, hab ich einen übelsten, äh, ja, ein übelstes Ego-Problem, was Sachen empfinden angeht. Ja, das ist ein toller Spaß. Das scheiß T-Shirt, das braucht doch sowieso keiner. So, zwei Äpfel. Knister, knister. Na komm, das wird schon Äpfels. Komm, ein Apfel geht noch, ein Apfel geht noch. Dum, 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 dum. Okay, komm. So, mal noch einmal hier und dann reicht das auch. Oh, was knistert hier so? Ach, leg mich doch mal, Scherbenwitz. Kann ich mir da hier auch was machen? Kannst du mal auf und zu rennen? Kann ich hiermit was machen? Warte mal. Ich hab doch so ne, so ne Farminghau. Kann ich die Sachen nicht irgendwie abbauen oder so? Das wär extrem episch. Okay, hier können wir erstmal was trinken. Oh, erstmal was trinken vom Brunnen, ey. Wir sind zwar aktuell nicht so mega durstig, aber zwischendurch so ein paar Mal trinken geht, klar. Hm, jem, 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 jem. Ja, komm, einmal geht noch. Komm, trink mal noch mal was. Trink dich ein bisschen voll, das könnte das Letzte zu trinken sein, was du in naher Zukunft finden wirst. Ich glaub, danach trink ich noch einmal und dann reicht das auch. Dreimal getrunken aus dem Brunnen, das müsste eigentlich reichen. Äh, komm, drittes Mal geht noch. Man soll ja auch nicht zu viel trinken. Daher kotze ich hier noch. Ja, die Charaktere können ja auch kotzen. Ich hoffe halt, dass das was hier gut ist und nicht so Zombie-verseucht ist. Okay, ich möchte mich nämlich nicht auf diese, äh, Coca-Cola hier unbedingt verlassen. Okay, komm hier irgendwie rein. Sieht nicht danach aus. Alter, was ist denn hier passiert, ey? Dann gehen die Zombie-Apokalypse aber nicht gut überstanden. Okay, hier drin wird jetzt niemand sein. Dann komm, äh, du sollst sie rum. Hier ist jetzt nicht so mega viel, ne? Oh, wollen wir erst mal baden? Oh, richtig geil baden. Richtig schön warm und, ähm, ja, 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 das mögen wir doch. So, hier ist auch nichts mehr drin. Geh ich mal vorn aus. Ich geh ruhig noch nicht mal rein. Oh, wie groß das hier ist. Oh, was? Hat das ja schon immer leer gelootet? Das könnte natürlich sein. Ich geh mal nach oben. Ich sagte nach oben. Danke. So, hier ist bald nichts mehr. Hier ist gar nichts. Kann ich die Sachen eigentlich zerstören? Bam. Bam. Okay, ich, äh, lass mal. Ist auch nix. Magere Ausbeute. Hier war wohl schon jemand. Okay, ich geh mal nach ganz, ganz oben und versuche mal, einen Ausblick zu genießen. Ich hoffe immer, hier ist noch was, aber ist nichts, ne? Hier ist nix. Komm, geh mal nach ganz oben. Hm, 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 treppensteigen ist schön. Weder hungrig noch durstig. So. Das ist doch ein guter Platz fürs Ende. Mal gucken, wo ist denn hier das Segelwerk? Hm, da sehe ich auf jeden Fall den Hafen. Hier sehe ich die Kirche. Okay, an die Kirche kann ich mich natürlich super orientieren. Genauso an dem Hafen. Also Kirche nahe beim Hafen. Sägewerk muss hier irgendwo auch sein. Ist das vielleicht das Segelwerk? Das war doch nicht das Segelwerk. Na gut, ich, äh, blick dann mal hier Richtung Kirche. Ne, warte, ich blick mal hier in Richtung Hafen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben uns ja schon ein bisschen ausgerüstet. Haben ein bisschen was zu essen, zu trinken. Waffe ohne Munition. Eine Feuerwehr-Achse, die uns den Arsch gerettet hat. Und uns vor dem Hunger-Tod bewahrt hat. Ein Kompass, wo ich noch nicht weiß, wie ich den benutze, weil ich die Taste nicht kenne. Ja, bis zur nächsten Folge. Daisy. Wenn wir weiterhin gegen Zombies, gegen den Hunger-Tod, und vielleicht auch dann gegen andere Spieler kämpfen. Bis dann. Ciao.